Nachdem ich nun das letzte Video gepostet habe, wie man mit den Pods arbeitet, ist mir natürlich dann auch klar geworden, wie man den Oasisaurus füttert. Ganz einfach, ihr braucht einfach diese scheiß Pods mit irgendwelchen Büschen oder Pflanzen und packt sie in sein Inventar. Es ist halt jetzt total logisch, aber wenn man das vorher gar nicht geschnallt hat, wie man die Pods benutzt, ja, dann könnte man auch ewig nach Futter für ihn suchen. Ihr seht, sein Futter erhöht sich jetzt halt, er fängt jetzt an zu essen. Kleine Büsche isst er, glaube ich, nicht, oder? Doch, er hat nur eine Priorität, so wie es aussieht. Also er wird die großen Pflanzen, ah, der geht nach dem Gewicht, oder? Ne, geht er auch nicht. Wonach geht denn der? Keine Ahnung. Er frisst auf jeden Fall alle, so wie es aussieht. Ja, hier, jetzt war der Baum dabei. Er geht nach der Größe, denke ich mal, von den Büschen. Die haben zwar alle dasselbe Gewicht, aber ich gehe mal davon aus, die Größe, so groß wie, was für ein Busche ihr halt geholt habt, das frisst er zuerst. Der eine Baum hat ihm halt 400 Wut gegeben. Ja, damit könnt ihr den Oasi saugusendlich füttern, er wird euch nicht mehr verhungern. Ich hoffe, das hilft den einen oder anderen. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Haut rein, euer Finch. Ciao, ciao. 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 Ciao.